Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du es hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen Der Skyline ist am Start genauso wie ein kleiner Runde Community Beef Aus dem einen Grund Das Mikro ist zu weit weg Aus dem einen Grund Weil ich gerade neue Bock habe Ghosts zu zocken Zum anderen weil ich total übermüdet bin Und zum dritten weil wir schon lange Community Beef hatten Vielleicht muss ich das unbedingt mal Community Beef machen Und wir versuchen einfach mal Ignoranz diese nervige Stimme hinter uns zu übertönen Multiplayer Totgewalt habe ich sowas nur Null Bock Ähm Was machen wir denn? Ähm Ähm Ja vor allem wenn das geknittert Ganze zu hören ist Ne Ähm Können wir machen mal Voll simpel Material Schlacht Bödenkarts haben wir ein paar zu viel anscheinend Wir müssen welche rausschmeißen Nachher sowas nur noch keinen Bock zu Scheiße ich wollte gerade Bödenkarts rausschmeißen Diggininer Diggin nadziegige Versuch du auf! Mit ihr schkl- zu knistern Entschuldigung Ja hör auf! Entschuldigen wenn ihr anанием mit der Scheiße knistern Das macht keinen Sinn Die rollen um sie schon weg So er hat sich mal richtig Lust auf ein richtiges Community Beef ab, ne, drehen. Dann könnt ihr mir ja mal Bescheid geben. Geil, du hast mal eine Cola eingestellt. Ich hab noch was eingestellt. Und die hat irgendwie Lust mal ein richtiges zu machen, dann könnt ihr ja mal die Kommentare... Ich will wegschmeißen. Wie wärs damit? Ich kann Burncard nicht wegschmeißen. Gleichzeitig drücken. Gleichzeitig drücken. Ah, schau mal. Wovon hab ich da noch zu ficken. Gib mir, die steht neben dir, gib mir bitte. Ich glaube, ich steh voll neben mir, ey. Ha, ha, ha. Wir werden verbunden. Was ist denn jetzt los hier? Alter, jetzt! Auf zu knistern, Junge! Was? Nee, scheiße. Hier! Ist! Du mich auch! So, wir haben hiervon... Die meisten nutze ich gar nicht. Alter, wieso hab ich die hier 5.000 Mal? Okay, jetzt haben wir die nicht mehr 5.000 Mal. Ähm... Was ist das denn hier? Erste, äh... Erste, äh... Pilotentaktikfähigkeiten durch Radarimpuls. Weil ich das ja auch unbedingt brauche. Ähm... Ja, Strider. Er ist für Strider ein. So! Relikt! Soll's sein. Mir egal. Hab's doch, wir zocken nicht mehr aus. Ich bin erst Level 39. Hab ne neue Lieblingswaffe. Nennt sich fucking MG. Spitfire MG. Das ist total geil, Leute. Ohne Witz. Und, ähm... Ich selbst mich jetzt ja nur noch zu... Mh... 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 Dann kann ich mal weiter irgendwie rum probieren. Ist ja auch egal. Moin, mein so Bischow. Bischow Bastel. Achso, ähm... Was ich grad sagen wollte noch. Ihr könnt's auch mal in die Kommentare schritten. Wenn ihr wirklich mal ein Community Beef haben wollt. Wo ich, äh... Wo halt sich mal ein paar Leute melden. Nennen wir Halo, Call of Duty, Battlefield oder... Titanfall. Könnt ihr mich ja anschreiben. Ich guck mal, ob ich da irgendwie was deichsen kann. Ob genug Leute mitmachen. Dann können wir mal ein richtiges Community Beef machen. Hätt ich mal richtig Lust zu. Aber so müssen wir uns erstmal hiermit begnügen. Bis ihr mal endlich mal aktiv anfangt mal mitzugestalten. Diesen Tricks Kanal. Blöben Kerle. Entschuldigung. Ich hab euch lieb. Und Frauen. Äh... Und Frauen. So. Und Hamster. Hamster? Okay. Zwei. Eins. Schaum. Aus. So. Es ist eine Materialschlauch. Wir springen hier hoch und es bringt nichts. Weil wir voll an den Geschwindig sind. Es ist einfach nicht so gut wie selten gespielt. Ich kann... Ewig generell. Allein nicht mehr. Schreibt mal in die Kommentare schritten. Mir sieht es eigentlich bei euch so aus. Jetzt haut ihr noch richtig... Ey... Aktiv... Titanfall. Weil bei mir irgendwie... Ist also am Anfang so ein bisschen... Ja... Hab ich es gesucht, ist nicht blöd. Aber nach einer Zeit... Irgendwie... Weiß mal. Da geht irgendwie der Spaß schon ein bisschen verloren bei. Moin. Das ist nicht bei jedem Spiel. Ist hier irgendwo kein Spaß mehr. Ja... 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 Oh... Immer diese Leute, die meinten... Ihre Meinung sei das Montus Ultra. Ich hasse Ballerspiele. Und damit sind Ballerspiele generell total gescheuert. Aber es sind halt solche Lappen, die nicht brauchbar haben. Aus der Zahnbedarf. Ja... Den hab ich erst mal assozimiert, ey. Ja... Nee... Weil ich auch einfach mal die ganze Zeit seinen scheiß Kopf angefallen sei. Ja... So... Zweiter Ersatz. Fickt euch Leute. Stürb jetzt! Das zerschmerzhaft aus. Ja. Das würd ich abwaschen. Das würd ich abwaschen. Ja, würd ich auch. Achtung! Verbündeter Pilot an Bord! Ja! Und es sind keine, wir sehen Sie! Wir haben den Verbündeten Pilot. Es hat hier hinten aktiver umlaufen. Ich mach ja nichts. Verbündeter Pilot hat sich von ihren Titan gelöst. Ist das so? Da war doch da noch einer. Oh ne... Jetzt... Boooom, bitch! Das ist so gut. Ah, ich denke fast. Ah? So... Warte. Was das dich? Es ist auch noch mal geil wie viel die Leute immer aushalten, wenn ich immer so schnell gekillt werde. Ich sehe immer was ich alles aushalten. Die Schiffe. Weil wer bin ich ein fucking Titan? So, stirbt jetzt. Und was tut das denn mal an, dass ich es da aufheizen muss? What was? Normal! Nein! Fuck! Getwichtig! Nein! Fuck! Schiff dich! Scheiße, Alter, das war richtig schlecht jetzt. Normalerweise schaffe ich mit dem Strider drei Uhr. Das hat er nicht geschafft. Ja, weil ich einfach drauf gejumpt bin. Deswegen bin ich tot. Ich hab einen Strider-Ersatz gerufen. Warum muss ich jetzt noch mal neu bauen alles? So, damit ich die Waffe wiederkomme. Hm, Dreischuss, Alter. Okay, wo hab ich diese Waffe jetzt, ja? Was ist denn? Was ist denn? Ne, dann sind welche. Ja, Schieße, du bist auch da. Schieße! Hm, schieße! Jupp! Jupp! Endlich! Oh Mann, die Scheiße hier! Ja, das ist doch nicht richtig! Ich bin noch nie in dem Fall der Waffe, ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht mehr. Waffe ich mich doch nicht mal! Ja, ich bin hier. Die größere Schmerzen des Trittes, die bei Falsi. ein am wohnen die ganze zeit nicht aber das ist das dümmste wenn jemanden schlagen wird Tritt ich ihn einfach Sieht noch voll scheiße aus Die platschen da einfach mal Der Ball hat auf uns 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 Das war Nummer 2 Nirgends für uns die Leine Die Gegner Ersatzteisen online Was darf jetzt sein? Der Ball hat auf uns So, ja Super geil Wie geht das meiner? Du rückst den anderen an Der Ball hat auf uns Ein Pilot attackiert Der ziel Scheiße, fängt euch! Ok, aktiviert Bitches Ja! Er hat mich gerissen Let's go Ich bin da noch zu Fall Jens Ich bin da noch zu Fall Ich bin da noch zu Fall Jens Da kommen wir hin An alle Einheiten! Mit Cion erfolgreich! Gute Arbeit! Ja, ich bin! Es stimmt! Was? So, auf die Scheiße! ... Ich hab den Verkalken erledigt und größer sie sind, desto tiefer falsch Ich will da hin! NEIN! Was soll das denn denn denn? Lassen Sie auf gar keinen Fall Rosengruppen der Miliz entkommen Voll falsch Was ist denn da? Was denken denn da? Wir denken jetzt Frischfleisch, Leute die auf Abholung warten Warnung! Die Truppe besteigen Bergungsschild! Verstören Sie, bevor es kommt! Ja, das ist geil daran Scheiße! Scheiße! Fuck mal, Alter Ja, aber da kommen die so dran Die ist jetzt vorbei Okay, Erdrunde Na, haben wir zwei Runde oder so Na, ne, 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 chill So, ich hab drei, zwanzig Fußsoldaten Zweimal gestorben Sieben Piloten Drei Titans einfach mal erledigt Und warum? Weil du es kamenst Jawalski Hei, 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 hei Geht's hier hallo? Ich mach' einen Fenster auch vielleicht jetzt haben wir da Ne, haben wir ja wieder so'n riesen Vieh hier drinne Ja, es war nämlich, es war abgerechnet, es vermuten, dass die Dinger hier reinkommen Achso, äh, nochmal als Information für euch nochmal Nebenbei, so als Information für euch So, mal nebenbei Also, Information schnüßig Ähm Es kommen ja nächstmal wieder ein paar neue interessante Videos raus Und zwar nochmal ein Review zu meinen Basteleien, äh, weil da ein bisschen was besseres jetzt da dazugekommen ist Äh, und, äh, es wird jetzt noch, äh, ähm, ein Review zu, ähm, Deck Profiling mal kommen Äh, jetzt muss ich schon wieder rauswerfen Raus Alter, wie viel hab' ich denn jetzt auch immer bekommen, ey Raus Raus, 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 Pistole bin ich mit Ihnen nicht weg damit Raus mit Pistolen, Scheiße Hier, Schatty will keine haben Oh, die brauche ich alle Dann machen wir auf jeden Fall noch einen raus So, jetzt wollte ich hier hinten Den hier haben Äh, und nochmal einen Titan ein bisschen zu stressen Oh, wir nehmen das irgendwie hier mit Obwohl wir hätten uns den Titan hier mitmachen müssen, ne? Egal, Titan Layouts Wir haben eine neue Insignia bekommen Die sind jetzt relativ neu Aber relativ scheiße Ich will ja was anderes haben Ich will eins mit Flügeln haben Ganz klare Sache Aber wir müssen ein bisschen was machen Und da ich hier so seltener spiele So, ich hab überhaupt keine Ahnung was wir jetzt überhaupt hier haben Drachenland ist übrigens das geilste Level überhaupt Weil's einfach mal super geil aussieht Aber wir spielen Unternehmen Voll der Gegensatz dazu Guck mal ein Steingolem Wie toll! Ist das voll aus Eiszaubstens Steingolem zu feuern? 3, 2, 1, los! So, wir nehmen natürlich unseren Strider mit Okay Mann, das wird eine Materialschlag. Eliminiere alle feindlichen Einheiten. Das ist ein Verstärkter, das ist ein Verstärkter, das ist ein Verstärkter. Das ist ein Verstärkter, das ist ein Verstärkter, das ist ein Verstärkter. Das ist ein Verstärkter, das ist ein Verstärkter, das ist ein Verstärkter. Danke! Das ist ein Verstärkter. Das ist ein Verstärkter, das ist ein Verstärkter, das ist ein Verstärkter. Das neue Korf City spielen soll, weil das jetzt Elemente von Titanfall hat. Sag ich mir, ich will das neue Korf City spielen. Ich will das Elemente von Titanfall. Wenn ich Titanfall spielen will, dann spiele ich Titanfall. Oh, das ist ein Verstärkter, das ist ein Verstärkter, das ist ein Verstärkter. Setzell! Du bist ein Verstärkter. Ich bin ein Verstärkter. Das ist ein Verstärkter, das sind wir mal rum. Ich bin ein Verstärkter, das ist ein Verstärkter. Und jetzt springst du Ender. Alter? Alter, Alter, weil wir mal rum. Da sind wieder Titanfall. Da können wir uns bieten. Der Verstärkter hat ja... ...eine Zeitfall mit. mit elektrogeschützt wieso habe ich die elektrogeschützt dabei Erfolg deswegen habe ich die elektrogeschützt deswegen ich habe die elektrogeschützt nee ich habe ja gesehen aber das ist ein Erfolg dann wollen wir direkt in den Schutz rein ja danke ein Pilot in die Linie ja 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 Was zum Egal Ne ähm war irgendwo unterm Dach und ist alles geboren Fichtig war auf sie auf mich zu konzentrieren, du hessest ein Stück Scheiße Nein! 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 Weil ich nicht verstehe, warum... Ich hab irgendwann eine neue Superwaffe extra für Titans eingepackt Den sollten die einlösen können Achtung! Titan ist 3 Sekunden bereit Naja rausmachen Sooo Titan ist bereit Ich hab' noch Bescheid Ich hab' noch Bescheid Ich hab' noch Bescheid Ich hab' noch Bescheid War mal wie eigentlich gehofft in dieser engen Passe da Das ist der schön mit der Nuklear-Abringung Okay, bereit nach Bühne Titan vorbereiten Okay, bereit nach Bühne Titan vorbereiten Titan vorbereiten Dreck Ich meine, ich habe keinen Hitpoint bekommen. Das muss so ein Ding mir töten, Alter. Ohne Wicke jetzt. Wo ist denn hin? Lass mich rein! Was zum... Was zum... Was zum... Was zum... Was zum... Leppisch! Guck dir das doch mal an! Was war das denn für eine Scheiße hier? Das war ein Bug, Digga! Was zum Müll! Man kriegt sich schon wieder Händler jetzt auf sein Handy an. Schon gar kein Händler jetzt auf euer Handy an. Hat er erst nicht schnell darauf reagiert? Was soll denn das feinlich werden? Uuuuhh! Das ist sicher, aber es ist halt einfach gelogen! Ich bin nicht so schwer auf der Knie, wir haben schon gesehen. Durch Nini! Ich bin jetzt ein Lügner! Ich bin jetzt ein Lügner! Ich bin jetzt zwei Jahre! Och, Mann, ich kapiert, Alter! Dann muss ich sagen, jedenfalls hätte ich dich nicht schnucken kurz! Von Spongebob-Junger! Mann! So, was hat... Alter Schwede! Ich habe... Ich habe keinen Titan zerstört! Ja, nee, ist klar! Das war einfach mal sechs Piloten und 37 Fußsoldaten! Gut, das soll aber auch für heute gewesen sein! Es sind jetzt fast 30 Minuten, das ist in Ordnung! Habe ich nicht so viel zu rennern! Höhöhöhöh! Äh... Ja! Passt! Nöpse! Ich mag Hunde! Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen! Weh mal schon alles in die Kommentare! Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online! Tschaußen!